heute mal die wunderbare antwort auf die frage wachsen meine haare besser bei mir im haus wenn ich feng shui mache die antwort darauf natürlich funktioniert es aber leider nicht bei jedem denn jedes haus und jede umgebung braucht eine andere qualität oder hat eine andere qualität also das heißt das haus können wir einteilen in zeitliche qualitäten und diese bestimmen dann welche energien wir im raum haben und welche wir eben für uns nutzbringend einsetzen können also es gibt die erfahrungen beim feng shui dass es möglich ist eine wunderbare haarpracht zu erlangen aber bei mir zum beispiel in meinem haus nicht weil diese zeitlichen qualitäten von denen ich spreche die habe ich nicht also das ist doch entspannend oder wir können was tun für unsere schönheit und das mit feng shui wer hätte das gedacht also einen wunderbaren tag alles liebe petra